Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und deshalb müssen Sie sich jetzt doch ein paar kurze Hinweise von mir anhören. Also als erstes bekommen Sie ein gelbes Heft. Da überschlagen Sie die ersten zehn Seiten. Sie nehmen gleich die Seite 11. Da steht Gesamtliste der Linke. Dahinter sind vier Kulern. Fünf, Entschuldigung, fünf Kulern. Fünf Kreuze machen, nicht sechs, dann ist es ungültig. Fünf Kreuze in die fünf Kulern. Erledigt. Heft weg. Das ist das Wichtigste. Dann greifen Sie sich das rote Heft. Da stehen die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten drin. Übrigens von jeder Partei mehrere. Da gehen Sie zu den Linken. Jetzt können Sie bei einer Kandidatin oder einem Kandidaten in fünf Kulern fünf Kreuze machen. Sie können die auch verteilen auf verschiedene linke Kandidaten. Nicht, dass Sie versehentlich mal die Seite umblättern. Das ist auch egal. Diejenige oder derjenige, die oder der, die meisten Stimmen hat, für den zählen dann auch die anderen Stimmen mit. Also es ist nichts verschenkt. Wichtig zu wissen. Aber das gelbe Heft ist wichtiger als das rote. Klar, also das erste. Dann kommt das grüne Heft. Da geht es um Ihren Bezirk. Geht es wieder um die Liste. Bis zur Linken aufschlagen. Fünf Kreuze hintereinander. Erledigt. Heft kann weg. Dann kommt das blaue Heft. Ich meine, es ist schon merkwürdig, was Sie hier erfunden haben in Hamburg. Aber dann kommt das blaue Heft. Da sind wieder die Direktkandidaten für die Bezirke drin. Wiedersuchen. Wieder fünf Kreuze. Jetzt haben mich einige Leute angesprochen und haben gesagt, ich kann doch mal ein Kreuz bei der SPD machen, eins bei den Grünen. Ich sage, verduddeln Sie sich nicht. Das geht nur durcheinander. Alle bei den Linken. Schluss. Und das ist genau die Antwort, die Hamburg und Berlin brauchen. Ich habe mich jetzt mal etwas intensiver mit Hamburg beschäftigt. Also Sie haben hier zehn Hamburger. Das sind die zehn reichsten Hamburger. Ich weiß nicht, ob eine Hamburgerin dabei ist. Ich glaube, es sind zehn Hamburger. Die zehn besitzen zusammen. Ich bitte Sie. Zusammen. Zehn. Also zehn Einzelne. Nicht zehn Prozent oder so was. Das muss man sich missverstehen. Zehn Bürger. Besitzen zusammen zehn Personen. 28,45 Milliarden Euro. Selbst wenn Sie nie schlafen, rechtfertigt das Leistungsprinzip niemals ein solches Vermögen. Um das auch mal ganz klar zu sagen. Niemals. Das Interessante bei den zehn ist Folgendes. Da sind neun Milliardäre und einer hat es nicht ganz zur Milliarde geschafft. Der leidet. Ja? Der leidet. Und von den neun, die Milliardäre sind, sonst geht die Zahl nicht auf, sind natürlich einige Mehrfachmilliardäre. Oskar hat gesagt, dass es Gründe gibt, dass die Millionärinnen und Millionäre uns wählen sollen. Er hat natürlich etwas vergessen. Das sind ja alles Verfassungspatrioten. Ja. Und im Grundgesetz steht drin, dass das Eigentum verpflichtet und zugleich dem Allgemeinwohl dienen soll. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind so ein Mehrfachmilliardär. Sie können nachts nicht schlafen, weil Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Milliarde so einsetzen, dass Sie auch dem Allgemeinwohl dienen. Da kommt die Linke solidarisch und sagt, wir nehmen eine Vermögensteuer, führen es gleich dem Allgemeinwohl zu und es geht euch besser in jeder Hinsicht. In Hamburg gibt es 627 Einkommensmillionäre und es gibt viele ansässige Konzerne. Und die schätzen Hamburg aus einem Grund, weil Hamburg die Steueroase in Deutschland ist, weil hier die laschesten Prüfungen bei den Millionären und auch bei den Konzernen stattfinden. Und deshalb geht uns nur durch Steuerhinterziehung jährlich in Hamburg ein Betrag zwischen 150 und 170 Millionen Euro verloren. Und ich finde es sehr gut, dass die Linke in Hamburg fordert, 150 neue Steuerprüferinnen und Steuerprüfer einzustellen, damit dieses Geld eingenommen werden kann und zwar so schnell wie möglich. Und wenn wir nur die alte Vermögensteuer wieder einführten, hätte Hamburg eine jährliche Mehreinnahme von 2 Milliarden Euro, dann wäre die Diskussion, ob man das Museum in Altenau schließt oder den Theatern weniger Geld gibt oder weniger Erzieherinnen beschäftigt und weniger Lehrerinnen und Lehrer, endlich beendet. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss Steuergerechtigkeit fordern. Anders geht es nicht. Auch in Hamburg nicht. Aber das ist die eine Seite von Hamburg. Es gibt ja auch die andere Seite von Hamburg. Es gibt 245.000 Menschen in Hamburg, die auf soziale Transferleistungen angewiesen sind. Darunter sind 37.000 Aufstockerinnen und Aufstocker. Nur damit wir uns im Klaren sind, viele davon sind Vollzeit beschäftigt. Und obwohl sie den ganzen Tag eine gute Arbeit leisten, bekommen sie einen so geringen Lohn, dass sie anschließend zum Jobcenter geschickt werden muss. Und Frau Merkel findet das gut. Die FDP findet das heldenhaft, dass der Staat das macht. Und ich sage Ihnen, ich finde es einen einzigartigen Skandal. Jemand, der eine Vollzeitarbeit leistet, hat einen Anspruch auf Lohn, um in Würde zu leben und nicht einen Anspruch zum Jobcenter geschickt zu werden. Jedes vierte Kind in Hamburg ist arm. Jedes vierte Kind. Und ich sage Ihnen, Union, SPD, FDP und Grünen sind sich in vielen zentralen Fragen viel zu ähnlich. Wer einen Politikwechsel will, der muss die Linke wählen. Anders kommt kein Politikwechsel zustande. Weder hier noch sonst wo in Deutschland. Und was Hamburg betrifft, ist es klar, wir sind für die sofortige Abschaffung der Studiengebühren. Und nicht wie Herr Scholz irgendwann mal, sondern jetzt und sofort. Denn die Benachteiligung muss sofort aufhören, die dort stattfindet. Wir sind gegen die Preiserhöhungen beim Hamburger Verkehrsverbund und für die Einführung eines Bürgerinnen- und Bürgertickets für die sogenannten sozial Schwachen, also die mit weniger Geld. Wir wollen auch, dass wenigstens die Kinder von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern und anderen Geringverdienerinnen und Geringverdienern von den Kita-Gebühren befreit werden. Und all das haben wir beantragt in namentlicher Abstimmung. Und wer hat es abgelehnt in namentlicher Abstimmung? CDU, SPD und GAL. Sie haben es gemeinsam abgelehnt, weil sie gemeinsam eine unsoziale Politik forcieren. Es sind in Hamburg 70.000 neue Arbeitsplätze entstanden. 50 Prozent davon sind Aufstockerinnen und Aufstocker. Wenn ich alle neuen Arbeitsplätze in Deutschland nehme, liegt der Durchschnitt bei Aufstockerinnen und Aufstockern in ganz Deutschland bei 28 Prozent. In Hamburg bei 50 Prozent. Und das mit der Regierung GAL. Ich sage, dass es eine Unverschämtheit sondergleichen. Und ich möchte, dass Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn, Ihre Angehörigen, Ihre Freundinnen und Freunde davon noch unterrichten. Und zwar vor dem Sonntag. Seit 2003 kann ich die Zahl erweitern. Gibt es in Hamburg 100.000 neue Arbeitsplätze. 78 davon sind Minijobs, Teilzeitarbeit oder Leiharbeit. Und um noch was zur Leiharbeit zu sagen. Das ist eine moderne Form der Sklaverei, die wir nicht zulassen dürfen. Und da könnten wir doch zum Beispiel die französische Regel einführen. Das ist doch interessant. Wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich habe einen Elektromeister beschäftigt und der wird krank, kann ich ja tatsächlich in die Situation kommen, dass ich sage, ich brauche irgendeinen Ersatz. Und in Frankreich ist das so geregelt, an denen muss ich dasselbe bezahlen wie an meinen Elektromeister plus 10%. Und dadurch ist klar, wird das zur absoluten Ausnahme. Und wir sagen, es reicht, wenn der zwei Drittel bekommt. Und so wird Lohndumping organisiert über Leiharbeit. Das ist nicht hinnehmbar. Weder für die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter noch für die Stammbelegschaften. Und der von Herrn Scholz geplante Wirtschaftssenator Horch findet das alles klasse. Das ist reiner Neoliberalismus, den er vertritt und genau den lehnen wir ab. Im Übrigen gibt es inzwischen auch eine Reduzierung der Mittel für die Arbeitsmarktpolitik unter Schwarz-Grün, nämlich von 80 Millionen auf 20 Millionen, darf man auch nicht vergessen. Und es gibt Wohnungsnot in Hamburg, und zwar durch Wegfall der Sozialbindung. Und 1.551 neue Sozialwohnungen nutzen nichts, wenn Tausende und Abertausende die Sozialbindung verlieren, wie wir es gegenwärtig gerade erleben. Deshalb sind wir auch für die Förderung der Wohnungsbaukreditanstalt, für die Verdopplung der Mittel. Ich sage Ihnen, Berlin ist eine schwierige Stadt. Das weiß ich. Hamburg ist in einem Punkt noch schwieriger. Und zwar, weil sie sozial tiefer gespalten sind. Die einen begegnen den anderen gar nicht. In Berlin treffen sich wenigstens alle im Zentrum. Hier haben die einen ihre Fußballmannschaft und die andere ihre Fußballmannschaft. Die einen ihr Theater und die anderen ihr Theater. Die einen ihre Straße und die anderen ihre Straße. Die einen ihre Restaurants und die anderen ihre Restaurants. Die haben nichts miteinander zu tun. Und das geht nicht. Und da gibt es ein paar einfache Regelungen. Zum Beispiel eine aus Berlin, die ich Hamburg dringend empfehle. In Berlin ist es so, dass alle Theater, Opernhäuser, Konzerthallen verpflichtet sind, eine Stunde vor Vorstellungsbeginn die noch nicht verkauften Karten für je drei Euro zu verkaufen an die Inhaberinnen und Inhaber eines Berlin-Passes. Das sind Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Das sind Grundsicherungsrentnerinnen und Grundsicherungsrentner. Das sind auch geringverdienende Studenten etc. Und das ist sehr sinnvoll. Stellen Sie sich mal vor, Staatsoper. Fertig. Saniert. Erster Rang. Erste Reihe. Teuerste Karten. Verkaufen sich immer am schlechtesten. Dann kostet so ein Billett ungefähr 160 Euro. Ihr wisst schon, was Preise sind. Hamburg hat die Kulturhäuser sind. Wie bitte? Hamburg hat die Kulturhäuser sind. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß auch, dass ihr das schon für acht Euro macht. Aber es ist noch viel zu teuer. Also, hört mal weiter zu. Hört mal weiter zu. Und jetzt folgendes. Jetzt sitzen da drei, die haben je 160 Euro bezahlt. Und daneben sitzen drei, die haben je 3 Euro bezahlt. Und alle sechs sind anständig angezogen. Aber Sie hören und sehen ja dasselbe. Da kommen die zusammen. Genau das müssen wir organisieren. Auch in Hamburg. Applaus Die SPD hat Jahrzehnte in Hamburg regiert. Jetzt hatten wir eine kurze schwarze Phase. Dazu will ich gar nichts weiter sagen. Aber die SPD hat noch gar nicht genügend gelernt aus ihrer Niederlage. Und schon gar nicht auf der Bundesebene. Und deshalb sage ich allen Hamburgerinnen und Hamburgern, und zwar sind hier Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, also die sechs, die hier sind, denen möchte ich Folgendes sagen. Wenn ihr wollt, dass eure SPD wieder sozialdemokratisch wird, gibt es nur einen Weg, ihr müsst die Linke wählen. Das ist das Einzige, das Einzige, woraus die lernen, dass sie zu ihren Wurzeln zurückkehren. Aber hier in Hamburg wird ja nicht nur ein Zeichen gesetzt für Hamburg, sondern auch für Berlin. Die Bundespolitik, jedes Bundesland sitzt auch im Bundesrat und spielt dabei eine Rolle. Ich sage mal nichts dazu, dass die Grünen auch zur Unzeit ausgetreten sind, als sie noch gar nicht wussten, wie die Abstimmung zu Hartz IV läuft. Zu Hartz IV komme ich noch. Aber ich sage was ganz anderes. Wir erleben noch eine veränderte Welt. In vielen arabischen Staaten stehen die Menschen auf und sagen, sie wollen Demokratie. Jahrelang ist uns eingeredet worden, Araber kennen keine Demokratie und wollen keine. Ein schwerer Irrtum. Sie wollen ihre Diktaturen loswerden. Und unsere Regierung hat alle Diktaturen unterstützt. Ägypten hat für 77 Millionen Euro Waffen bekommen. Vielleicht hätten wir das Geld anders investieren sollen, kann ich nur sagen. Applaus Deutschland hat unter der Verantwortung von SPD und Grünen den ersten völkerrechtswidrigen Krieg nach 1945 geführt. Und zwar bei der Bombardierung Belgrads. Und jetzt nehmen Sie alle wieder teil und finden das richtig, dass man den Afghanistan-Krieg führt. Es wird immer erklärt, der Afghanistan-Krieg hat den Zweck, Terrorismus zu überwinden. Herr Struck von der SPD hat erklärt, am Hindukusch wird unsere Freiheit verteidigt. Wenn du heute um den Bundestag gehst, stehen da lauter bewaffnete Polizisten, weil sie nämlich Deutschland zu einer möglichen Adresse für Terroranschläge gemacht haben. Krieg führt nicht zu weniger, sondern zu mehr Terrorismus. Er war von Anfang an falsch. Applaus Aber nun wurde mir immer erklärt, dass es ja um lauter edle soziale Ziele geht in Afghanistan. Und jetzt muss ich Sie kurz mit ein paar Zahlen langweilen. Aber es ist letztlich spannend hinzuhören. Was hat sich seit den neun Jahren in Afghanistan verändert? Und die Zahlen, die ich Ihnen jetzt nenne, kommen von der UNO, nicht von einer linken Organisation. Und die UNO sagt, die Armut beträgt nicht mehr 33 Prozent der Bevölkerung, sondern 42 Prozent der Bevölkerung. Das ist die Veränderung seit neun Jahren Krieg. Die Zunahme der Unterernährung ist von 30 Prozent der Bevölkerung auf 39 Prozent angestiegen. Der Rückgang des Zugangs zu sanitären Einrichtungen geht von 12 Prozent auf 5,2 Prozent. 5,2 Prozent der Menschen haben noch Zugang zu sanitären Einrichtungen. Damit wir uns mal vorstellen, was das bedeutet. Der Anstieg der Zahl der Menschen, die in Slums leben, geht von 2,4 auf 4,5 Millionen. Die Jugendarbeitslosigkeit in Afghanistan ist gestiegen von 26 auf 47 Prozent. Und die Warlords, diese Obergangster, diese Rauschgifthändler, die haben nicht mehr 131.000, sondern 193.000 Hektar Mohnfelder, um Rauschgift anzubauen. Das ist das Ergebnis des Krieges. Fragen Sie doch mal die CDU, die SPD, die FDP, auch die Grünen. Was wollt ihr denn dort? Sollen sich die Zahlen noch weiter verschlechtern? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass uns der Krieg insgesamt bisher 25 Milliarden Euro gekostet hat. Wenn wir nur die Hälfte davon zum zivilen Aufbau in Afghanistan eingesetzt hätten, dieses Land sähe ganz anders aus. Der Krieg war, ist und bleibt falsch. Und wir sind die einzige Partei, die konsequent dagegen steht. Jetzt können wir täglich im Fernsehen sehen, im Rundfunk hören, in den Zeitungen lesen, dass es einen ungeheuren Aufschwung gibt. Der Aufschwung ist zwar geringer als die Verluste aus den Vorjahren, aber das lasse ich mal weg. Die Frage ist immer, für wen gibt es eigentlich Aufschwung und für wen nicht? Fragen Sie doch mal die Hartz-IV-Empfängerinnen, die Aufstockerinnen, die geringfügig Beschäftigten, ob sie einen Aufschwung erleben und welche Art er ist. Fragen Sie aber auch die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer, ob die einen Aufschwung erleben. Die erleben auch keinen Aufschwung. Fragen Sie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Auch die erleben keinen Aufschwung. Nein, es sind nicht nur die Zehen in Hamburg, es sind natürlich auch die Vermögensmillionäre. Es sind immer dieselben, die einen Aufschwung erleben. Dahinter steckt zunächst mal eine Fehlkonstruktion. Und die Fehlkonstruktion besteht darin, dass Aufschwung in Deutschland immer über Exporte organisiert wird. Immer. Deshalb sind wir auch Exportweltmeister. Nur noch in Konkurrenz mit China, interessanterweise übrigens. Die Frage ist, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, dass man nie Wert gelegt hat auf die Binnenwirtschaft. Und deshalb hat man diesen Sozialabbau betrieben, Lohnabbau und anderes, sodass die Binnenwirtschaft immer geschwächt wurde. Und man gleicht das alles aus durch Exportwirtschaft. Und das ist verhängnisvoll, weil es ja auch eine ganz falsche Abhängigkeit organisiert. Im letzten Jahr zum Beispiel sind die Reallöhne in Deutschland um 0,1 Prozent gestiegen. Nur im letzten Jahr, im Aufschwungjahr. Aber das Geldvermögen ist um 4,7 Prozent gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt ein Rekordniveau von 4,9 Billionen Euro. Nur, könnte man ja sagen, ist ja schön, wenn wir alle mehr Geld hätten. Das Problem ist nur, ein Prozent unserer Bevölkerung besitzt ein Viertel des Geldvermögens. Ein Viertel, 25 Prozent. Oder man kann auch sagen, die reichsten 10 Prozent besitzen 60 Prozent des Geldvermögens. Und zwei Drittel besitzen gar kein Geldvermögen. Das ist die grob ungerechte Verteilung. Ich gebe zu, ja, ich bin ein Umverteiler. Und ich will auch einer sein. Und wenn die CDU sagt, sie ist die Partei des Eigentums, dann sagt sie, sie sorgt dafür, dass der Bettler Eigentümer seiner Krücke bleibt und der Milliardär Eigentümer seiner Milliarde. Und ich will etwas umverteilen. Und ich finde das wesentlich gerechter. Während der Krise ist die Zahl der Vermögensmillionärinnen und Vermögensmillionäre in Deutschland um 51.000 angestiegen. Wir haben jetzt 861.000. Während der Krise, als alle dachten, es geht bergab. Nein, mit den anderen ging es bergab. Aber nicht mit den Vermögensmillionärinnen und Vermögensmillionären. Und wenn wir einen Zehnjahresvergleich machen, dann muss ich Ihnen sagen, dass das auch interessant ist. Denn die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent gestiegen. Und die Realeinkommen sind um 4,5 Prozent gesunken. Die einzige kapitalistische Industriegesellschaft, in der die Realeinkünfte gesunken sind, Nicht in den USA, nicht in Großbritannien, nicht in Frankreich, nicht in Finnland, nicht in Skandinavien. Nur in Deutschland sind die Reallöhne gesunken. Nur zum Vergleich. In Spanien sind sie um 7,5 Prozent gestiegen. In Frankreich um 8,6 Prozent. In Großbritannien um 14 Prozent. In Finnland um 22 Prozent. In Norwegen um 25 Prozent. In Deutschland ein Minus von 4,5 Prozent. Um nur das ganz klar mal zu sagen. Also leider viele Unternehmerinnen und Unternehmer der Binnenwirtschaft wählen ja so komisch. Die Einzigen, die wollen, dass die Kaufkraft steigt, damit ihre Wirtschaft wieder funktioniert. Auch damit, natürlich auch für mehr soziale Gerechtigkeit sind wir. Während die anderen immer glauben, Lohnabbau, Abbau von Renten, Abbau von Sozialleistungen und nur den Export zu erhöhen, bringt dieses Land voran. Das ist ein gravierender Irrtum. Wir brauchen endlich Lohnsteigerung, mindestens 5 Prozent, eigentlich sogar 10 Prozent, damit das ausgeglichen wird. Genauso brauchen wir Steigerung bei Hartz IV und bei der Rente. Und um bei den zehn Jahren zu bleiben. In den letzten zehn Jahren hat die Armut um ein Drittel zugenommen. Es sind nicht mehr 11 Prozent der Bevölkerung, sondern 14 Prozent. Und die letzten zehn Jahre heißt immer sowohl unter Schröder als auch unter Merkel. Und ich sage Ihnen, was mich an Schröder am meisten gestört hat. Er kommt aus den denkbar ärmsten Verhältnissen und hat es geschafft, Anwalt zu werden, Parteivorsitzender zu werden, Kanzler zu werden. Und er hat in seiner Zeit als Kanzler nichts, aber auch gar nichts dafür getan, dass jemand aus adäquaten heutigen Verhältnissen noch mal eine solche Chance bekommt. Und ich finde, das kann man ihm nicht durchgehen lassen. Und das darf man ihm auch nicht durchgehen lassen. Und das Sinken der Reallöhne hängt natürlich damit zusammen, dass die prekäre Beschäftigung so ausgebaut wurde. Und prekäre Beschäftigung, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, das ist die Erfindung von SPD und Grünen. Die haben die Gesetze bei der Agenda 2010 so geändert, dass die prekäre Beschäftigung in diesem Umfang ermöglicht worden ist. 22 Prozent der abhängig Beschäftigten sind heute prekär beschäftigt. Das heißt in Teilzeit, in Leiharbeit, in Minijobs oder eben als Aufstockerinnen und Aufstocker. Das betrifft 7,7 Millionen Menschen. Im Zehnjahresvergleich, weil die ja immer sagen, sie haben die Arbeitslosigkeit abgebaut. Ich muss sie aufklären. Im Zehnjahresvergleich haben wir 1,4 Millionen Vollzeitbeschäftigungsarbeitsplätze verloren. Abgebaut. Aber Teilzeitarbeitsplätze haben um 1,6 Millionen zugenommen. Niedriglohnbeschäftigte haben um über eine Million zugenommen. Minijobs haben um fast zwei Millionen zugenommen. Leiharbeit von 320.000 auf 921.000 und so weiter. Was heißt das? Aufstockerinnen und Aufstocker übrigens auch. Das sind jetzt 1,4 Millionen. Das heißt, die Arbeitslosenstatistik wurde darüber korrigiert und berichtigt, dass man die prekäre Beschäftigung so ausgebaut hat und gleichzeitig die Vollzeitbeschäftigung abgebaut hat. Und wenn man prekäre Beschäftigung aufbaut, schwächt man doch die Gewerkschaften. Wenn ich zu einem Unternehmen gehe und ich sage zu einem, der befristetes Arbeitsverhältnis bis Ende April hat, wir müssen mal eine ordentliche Protestkundgebung vor deinem Unternehmen machen. Da sagt er zu mir, du tickst ja wohl nicht mehr richtig. Wenn mich der Personalchef sieht, kriege ich ja keinen neuen Vertrag. Wir verlangen unbefristete Beschäftigung mit Kündigungsschutz und Schluss mit der prekären Beschäftigung in Hamburg und in Deutschland. Wir haben jetzt ein Problem in Deutschland dazubekommen, das in dieser rechtlichen Form einmalig ist. Das bezieht sich auf Hartz IV. Ich muss das mal erklären, das hatten wir noch nie. Es gibt ja folgendes Problem. Also eine Hartz-IV-Bezieherin und ein Hartz-IV-Bezieher haben nach dem Grundgesetz Artikel 1, Artikel 2 einen Rechtsanspruch auf eine Versorgung. Erstmal. Dafür gab es ein Gesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dieses Gesetz ist grundgesetzwidrig. Und dann hat es gesagt, es gilt aber noch bis zum 31.12.2010 und danach nicht mehr. Bis dahin ist ein neues Gesetz zu schaffen. Nun sind wir im Februar 2011 und haben kein neues Gesetz. Das heißt, das alte gilt nicht mehr und ein neues gibt es nicht. Das heißt, die Leute haben einen Rechtsanspruch und es gibt kein Gesetz, das das regelt. Nun hören die nicht auf mit der Bezahlung, das wäre ja auch der Gipfel. Trotzdem ist es spannend, auf welcher Rechtsgrundlage das Jobcenter eigentlich zahlt. Die haben gar keine mehr. Nur auf Weisung des Ministeriums. Deshalb unterstützen wir jetzt ein Pilotverfahren. Ich sage Ihnen, es ist unindiskutabel, indiskutabel, dass die Politik nicht in der Lage ist, einen Auftrag zu erfüllen, den das Bundesverfassungsgericht ganz klar erteilt hat. Die Union und die FDP haben Schuld, weil sie einen wieder grundgesetzwidrigen Gesetzentwurf eingebracht haben, und zwar erst im Oktober. Und die SPD und die Grünen haben Schuld, weil sie mit denen verhandeln. Und jetzt sage ich Ihnen ganz genau, worum es geht. Die einigen sich. Das dauert keine halbe Stunde. Wissen Sie, was das Problem ist? Die wissen nicht, ob die Einigung Ihnen bei der Wahl in Hamburg schadet. Deshalb warten Sie die Wahl in Hamburg ab. Und jetzt wissen Sie etwas Zweites nicht. Sie wissen als Zweites nicht, ob es für die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, für Sachsen-Anhalt, interessieren sich leider nicht so sehr, also in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch schadet. Entweder Sie sind der Meinung, es schadet Ihnen nicht, dann einigen Sie sich. Und wenn Sie meinen, es könnte Ihnen schaden, dann einigen Sie sich auch danach nicht. Jetzt haben drei Ministerpräsidenten zusammengesessen, haben gesagt, die Union ist bereit, den Hartz-IV-Empfängern und Hartz-IV-Empfängern 5 Euro zu geben. Dann haben sie festgestellt, die SPD ist 3 Euro wert. Das macht dann zusammen 8 Euro. Jetzt sagen Union und FDP kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und zwar sagen die das deshalb, weil sie befürchten, dass diejenigen, die Union und FDP wählen, Ihnen das übel nehmen. So einfach läuft das Ganze. Sagen Sie mal, es geht um über 6 Millionen Menschen, die in einer schweren Existenzkrise stecken. Das ist doch abenteuerlich, was auf dieser Strecke läuft. Und grundgesetzwidrig schließen Sie die Linke von allen Beratungen aus, weil Sie keine Kritik hören wollen und weil Sie nicht wollen, dass wir hören, was Sie für Nebendeals abschließen. Das ist alles, was dahinter steckt. Und das müssen Sie bekämpfen. Dagegen müssen Sie sich empören durch die Wahl der Linken. Bertelsmann hat eine Studie veröffentlicht, und zwar über soziale Gerechtigkeit in 31 OECD-Ländern. Ich finde die ungeheuer spannend, weil es ist ja immer interessant, welchen Platz Deutschland einnimmt. Also, zum Beispiel bei der Armutsvermeidung liegen wir bei 31 OECD-Ländern auf Platz 14. 13 sind wesentlich besser. Bei der Kinderarmut liegen wir auch auf Platz 14. Bei den Einkommensunterschieden haben wir es schon auf Platz 15 geschafft. Bei den Ausgaben für frühkindliche Bildung, übrigens auch ein Problem in Hamburg, ich habe mir solche Einrichtungen gestern angeschaut, liegen wir auf Platz 16. Beim Zugang zur Bildung liegen wir auf Platz 22 von 31 OECD-Ländern. Heute ist es so, dass Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den USA leichter studieren können als in Deutschland. Das war mal umgekehrt. Das haben wir geschafft mit Schröder und Fischer und mit Merkel und Steinmeier und Westerwelle. Ja, ihr könnt doch alle Namen aufzählen. Ich kann jetzt nicht alle Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen nennen, das führt einfach zu weit. Aber es ist ja wahr. Aber jetzt kommt es. Bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit liegen wir auf Platz 30. Es gibt ein Land, das schlechter ist als wir, das ist die Slowakei. Alle anderen Länder sind diesbezüglich besser. Das hat mit Hartz IV zu tun. Das hat mit all diesen Regelungen zu tun. Und deshalb sage ich, das Ganze ist für mich ein einzigartiger Skandal. Und dann komme ich mal zur Bankenkrise und zur Staatsschuldenkrise. Ich will jetzt mal nur ein Beispiel nennen, weil ich kann ja nicht so ewig Ihre Zeit hier in Anspruch nehmen, obwohl ich das gerne tue. Na gut, dann wird es eben ewig, bitte. Aber das geht nicht, ihr müsst ja Sonntag wählen gehen. Also bis dahin bin ich fertig. Aber mal abgesehen davon. Also, die Europäische Zentralbank vergibt sehr günstig Kredite. Und zwar mit einem Prozentpunkt Zinsen. Aber nicht an Staaten. Deshalb darf Griechenland sich dort keinen Kredit holen. Das haben ja die EU-Staaten so vereinbart. Dort darf sich nur die Deutsche Bank und natürlich andere Privatbanken einen Kredit holen. Was passiert jetzt? Ich sage es Ihnen ganz genau, wie es passiert. Die Deutsche Bank geht zur Europäischen Zentralbank und holt sich eine Milliarde. Und dafür zahlt sie einen Prozentpunkt Zinsen. Dann geht sie zur griechischen Regierung und sagt, ihr braucht doch Geld. Die sagen ja. Dann sagen sie, ja, ihr kriegt eine Milliarde für elf Prozent. Elf Prozent. Anders läuft das nicht. Die verdienen durch eine Überweisung ohne jede Arbeit zehn Prozent Zinsen bei einer Milliarde oder bei zwei Milliarden oder bei zehn Milliarden. Das machen die alle mit. Wir sind die Einzigen, die im Bundestag sagen, so geht das nicht. In einer solchen Situation muss natürlich die Europäische Zentralbank diesen Kredit direkt Griechenland gehen. Es bringt uns doch nichts, Griechenland, Spanien, Portugal und Irland zu ruinieren. Wem soll denn das etwas bitten? Was sie dort machen, ist die Politik von Versailles. Versailles hat nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland natürlich tief gedemütigt und eingeschränkt. Und das Ergebnis war keine starke Linke, sondern das Ergebnis war, dass die NSDAP den Nationalismus ins Unermessliche steigern konnte. Gerade von Deutschland ist eine Politik nach dem Muster Versailles völlig indiskutabel. So können wir Griechenland, Irland, Spanien und Portugal nicht behandeln. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Und zwar, ich meine, ich muss mal sagen, die Konservativen, die sind auch immer noch unlogisch. Die wollen ja den Export fordern. Aber wenn sie das schaffen, was sie vorhaben, dass die die Renten senken, die Löhne senken, die Investitionen senken, ja, dann können sie ja weniger exportieren. Also es fällt selbst in diesem Sinne zurück. Aber die Konservativen sind leider nie logisch. Das stelle ich ja auch bei der Bildung fest. Ja, nein, also bei der Bildung. Ich meine, die Konservativen haben drei Thesen. Verstehen Sie, auch nur konservative Politik, die ich nicht meine. Es muss doch in sich logisch sein. Ihre erste These lautet, die Deutschen sterben aus. Sie behaupten, sie hätten zu wenig Kinder. Auch die Union weiß, dass sie es wahrscheinlich die meisten von ihnen nicht handwerklich verlernt haben. Also muss es ja andere Gründe geben. Aber darüber machen Sie sich keine Gedanken. Das Zweite ist, dass Sie sagen, wir brauchen einen höchst flexiblen Arbeitsmarkt. Also der Hamburger Ingenieur und die Hamburger Lehrerin, wenn sie dann in Bayern gebraucht werden, müssen sie eben umziehen. Und wenn sie dann wieder in Meck-Pum gebraucht werden, müssen sie wieder umziehen. Und wenn sie in Thüringen gebraucht werden, müssen sie auch wieder umziehen. Also immer höchst flexibel, immer so mit, wo gerade ein Job ist. Also jetzt nehme ich beide Thesen zusammen. Dann hätten die drei Kinder, um eine erweiterte Reproduktion der Bevölkerung zu ermöglichen. Also drei Kinder. Und dann reisen sie immer durch die verschiedenen Länder. Und dann sagen dieselben Konservativen, wir wollen aber 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland haben, weil wir 16 Bundesländer haben. Das heißt, Sie sagen, diese Eltern müssen sich ja völlig verantwortungslos gegenüber ihren Kindern bewegen. Das ist abenteuerlicher Unsinn. Das ist 19. Jahrhundert. Das gehört in die Zeit der Postkutschen. Wir brauchen ein Top-Bildungssystem von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern, sodass Kinder überall die gleichen Bildungschancen haben. Zurück zu den Banken. Wenn wir nur die Bankenabgaben hätten, die Obama in den USA eingeführt hat, hätten wir eine jährliche Mehreinnahme von 9 Milliarden. Wir kriegen aber nur eine Milliarde. Diese eine Milliarde der Banken wird übrigens nicht dazu benutzt, um die Staatsschulden abzubauen, sondern die gehen in einen Fonds. Und der Zweck des Fonds ist, bei der nächsten Krise Geld zu haben. Das ist interessant. Die Regierung weiß, dass sie nichts dafür tut, die nächste Krise zu verhindern. Und deshalb, sagt sie, will sie ansparen Geld für die nächste Krise. Ich meine, es ist abenteuerlich. Aber Sie haben ja innerhalb einer Woche beschlossen, einen Betrag von 480 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Das heißt, bei einer Milliarde pro Jahr brauchen wir 480 Jahre und schon ist der Betrag zusammen. Nur damit Sie wissen, wie langfristig die Regierung Politik macht. Wenn wir die Finanztransaktionssteuer einführten, hätten wir eine jährliche Mehreinnahme von 27 Milliarden Euro, womit sich vieles bezahlen ließe. Ich will noch ein Beispiel nennen, warum wir so komische Forderungen gestellt haben bei den Banken. Die haben ja die Hypo Real Estate verstaatlicht. Ich meine, es ist auch selten, dass die CDU-Regierung eine Bank verstaatlicht. Aber warum? Die stand ja kurz vor der Insolvenz. Und da haben Sie gesagt, wir müssen die Bank retten. Gut, jetzt gehört uns allen die Bank. Ich weiß gar nicht, ob Sie das verstanden haben. Ihnen allen gehört die Hypo Real Estate. Jetzt gibt es folgendes Problemchen. Zum Beispiel hat die Deutsche Bank gegen die Hypo Real Estate eine Forderung in Höhe von 10 Milliarden Euro. Die dürfen Sie jetzt bezahlen. Ist ja jetzt unsere Bank. Wir hatten ja kein Geld mehr. Also wir bezahlen jetzt 10 Milliarden an die Deutsche Bank. Das haben wir schon gemacht. Und deshalb kann die Riesendividenden ausschütten und deshalb kann die Boni verteilen an Ackermann und alle anderen. Und deshalb habe ich gesagt, das geht so nicht. Wenn, dann brauchen wir das schwedische Modell. Dann müssen wir alle Großbanken übernehmen, um nicht nur die Ausgaben zu haben, sondern auch die Einnahmen zu haben. Aber die anderen sagen, das kommt gar nicht in die Tüte. Nur die Schulden kriegen die Bürgerinnen und Bürger. Die Einnahmen bleiben bei der Deutschen Bank. Und genau das geht nicht. Sie erleben jetzt weltweite Spekulationen. Die hören ja nicht auf. Die nehmen ja zu. Auf Öl, auf Kupfer, auf Rohstoffe und jetzt auch auf Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittel sind weltweit um 25 Prozent teurer geworden. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das in der sogenannten dritten Welt bedeutet. Man muss sich mal vorstellen, was das in Afrika bedeutet. Was das aber auch in bestimmten asiatischen oder lateinamerikanischen Ländern bedeutet. Und dann machen die sich eine Birne, wie sie eine Art neuer Mauer im Mittelmeer konstruieren, damit keine Flüchtlinge kommen. Nein, wir brauchen einen anderen Welthandel. Wir brauchen eine andere Kulturförderung, damit die Tunesierinnen und Tunesier sich in Tunesien endlich vollfühlen können. Das ist die Voraussetzung, die wir endlich erfüllen müssen. Aber auch alles andere ist geblieben. Hedgefonds, Private Equity Fonds, Zweckgesellschaften. Ein Satz zu Zweckgesellschaften. Also die Banken unterstehen einer Bankenaufsicht. Wenn Sie jetzt Vorstandsvorsitzender einer privaten Bank wären, dann sagen Sie sich, das ist ja doof mit der Bankenaufsicht. Wie mache ich denn jetzt krumme Geschäfte? Ist ja verständlich. Und daraufhin hat er sich gesagt, da muss ich eben eine Zweckgesellschaft gründen. Die untersteht ja nicht der Bankenaufsicht. Dann hat der Gesetzgeber zwei Möglichkeiten, oder drei. Er hat die Möglichkeit zu sagen, ich verbiete Zweckgesellschaften. Dann wäre der Vorstandsvorsitzende angeschmiert. Die zweite Möglichkeit, er kann sagen, ich lasse mich doch nicht austricksen, dann kontrolliere ich eben auch die Zweckgesellschaften. Unterstelle die auch der Bankenaufsicht. Aber nein. Was haben Schröder gemacht? Was hat Merkel gemacht? Sie haben gesagt, nein, Sie unterstellen die Zweckgesellschaften nicht. Die gibt es nach wie vor. Und Sie ändern nichts daran. Sie ändern trotz der Krise nichts daran. Das ist verantwortungslos, was auf dieser Strecke geschieht. Und jetzt haben wir ein neues Phänomen. Und das neue Phänomen ist die Lobbyistenpolitik. Und die haben wir jetzt in einer Nacktheit und in einer Direktheit, wie man das in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland früher nicht kannte. Also, ich sage mal, die FDP sorgt dafür, dass die Hotels entlastet werden, kriegt anschließend natürlich eine wunderbare Spende von Möwenpick. Ich meine, es läuft auch in einer solchen direkten Form. Wissen Sie überhaupt, wie die staatlichen Zuwendungen geregelt sind für Parteien? Nein, da geht es zuerst um die Wählerinnen und Wählerstimmen, die man hat. Das finde ich in Ordnung. Das Zweite ist, es geht um die Höhe der Mitgliedsbeiträge. Also sind die Mitgliedsbeiträge höher, kriegst du mehr Geld. Sind sie geringer, kriegst du weniger Geld. Das heißt, eine Partei, die überwiegend Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger hat, kann sich natürlich anschmieren. Wenn ich die zehn hätte, die zehn Hamburgerinnen und Hamburger, über die ich gesprochen habe, sehen wir wesentlich besser aus. Aber, ich meine, die können wir überstimmen, das wäre nicht so schlimm. Aber sie kommen ja auch nicht. Aber der dritte Punkt, der dritte Punkt ist, dass von der Höhe der Spenden an eine Partei abhängt, wie hoch die staatlichen Zuwendungen sind. Also wenn ich höhere Spenden habe, kriege ich auch mehr staatliche Zuwendungen. Das ist sowas von grotesk, es hat mich richtig umgehauen, als ich es gelesen habe. Aber genauso haben sie es beschlossen, mit den Stimmen von SPD und Grünen und so weiter. Und deshalb sage ich Ihnen, wir müssen das verbieten. Wirtschaftsunternehmen dürfen nicht an Parteien spenden. Wenn Parteien abhängig werden von Wirtschaftsunternehmen, taugt die Demokratie nichts mehr, weil wir gar keine unabhängigen Interessenvertretungen mehr haben. Und so läuft das. Also, die Stromkonzerne wollten eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten, zack, beschlossen. Und zwar, da nehmen die in Kauf, einen großen gesellschaftlichen Konflikt wieder auszulösen. Ist ihnen egal. Hauptsache, die verdienen ordentlich Geld dran. Dann wollten sie aber von den Energiekonzernen dafür eine Steuer haben. Sie haben gesagt, wenn ihr jetzt so viel geschenkt kriegt, müsst ihr was abgeben. Und dann haben sie gesagt, 2,3 Milliarden müssen sie bezahlen. Da haben die Energiekonzerne gesagt, ist ihnen zu viel. Das machen die in Runden, nicht im Bundestag. Da sitzen die zusammen. Na gut, haben sie gesagt, dann nur 1,5 Milliarden. So läuft das. Der Bundestag wird degradiert. Der hat das ja nachher nur noch abzunehmen. Dann gab es einen Geheimvertrag, der dann zum Glück durch Journalisten rausgekommen ist. Dann gab es die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie und die privaten Krankenversicherungen haben bestimmt, wie die Gesundheitsreform aussieht. Und sie entspricht exakt ihren Interessen. Alles in Lobbyismus geregelt. Und jetzt sage ich Ihnen ein paar Personen, nur ein paar Personen. Also der Bundesminister Rösler hat Christian Weber eingestellt. Das ist ein Vertreter der privaten Krankenversicherung. Er ist der Leiter der Grundsatzerteilung seines Ministeriums geworden. Verbraucherschutzministerin Frau Aigner hat zum neuen parlamentarischen Staatssekretär Herrn Peter Bläser bestellt. Der war unter anderem Chef des Aufsichtsrates der Raiffeisenwarenzentrale Rhein-Main. Das heißt einem Futtermittelproduzenten, nur damit das klar ist. Norbert Röttgen bestellte Gerald Hennenhöfer zum Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit, der bis 2004 als Generalbevollmächtigter der RWE arbeitete. Peter Ramsauer beschäftigt Klaus-Dieter Scheuerle als Staatssekretär im Verkehrsministerium. Scheuerle war früher Manager der Schweizer Bank Kreditswiss und Lobbyist für die Bahnprivatisierung. Ja, und Frau Merkel ist auch nur eingefallen, Herrn Weidmann aus dem Nebenzimmer zum Präsidenten der Bundesbank zu ernennen. Das ist alles dieselbe Struktur. Und ich sage Ihnen, Sie dürfen sich das nicht bieten lassen. Ich finde sowieso, wir haben uns zu viel bieten lassen in den letzten Jahren. Aber nun gibt es auch eine Änderung. Ich will ja hier nicht nur pessimistisch sein, ich will ja auch optimistisch sein. Die Änderung haben die Schwaben herbeigeführt. Und zwar mit ihrer Bewegung gegen Stuttgart 21. Ich will es auch begründen. Wie sind wir Deutschen? Wir sind ja keine Französinnen und Franzosen. Ich meine, die können ja protestieren. Na gut, da können wir noch einiges lernen. Aber gut, wir sind anders gestrickt. Wenn du uns sagst, es liegen alle parlamentarischen Genehmigungen vor, es liegen alle Regierungsgenehmigungen vor, alle behördlichen Verfahren sind abgeschlossen, die Gerichte haben schon alles verhandelt und entschieden, dann bleiben wir zu Hause. Dann gibt es 100, die kommen zu jeder Demo, die kenne ich persönlich, die schätze ich auch alle, aber das ist dann noch alles, was passiert. Und das Gute an den Stuttgarterinnen und Stuttgartern ist, dass sie sagen, das interessiert die alles gar nicht. Die sagen ihnen das jeden Tag und die kommen trotzdem zu Tausenden und Abertausenden und sagen, nein, im Grundgesetz steht die Bevölkerung, das Volk hat die Macht und nicht irgendwelche Lobbyisten. Und deshalb lassen wir eins nicht zu, dass Sie und alle anderen jeden Tag erfahren, es ist kein Geld da, um die Toilette in der Schule zu reparieren. Es ist kein Geld da, um die Kindertagesstätte zu renovieren. Es ist undenkbar, zusätzlich Erzieherinnen und Erzieher einzustellen. Es ist auch nicht möglich, mehr Lehrerinnen und Lehrer zu beschäftigen. Das Schauspielhaus muss sehen, wie es mit weniger Geld hinkommt. Dem Museum drohen wir die Schließung an. Aber natürlich haben wir über 20 Milliarden für den unterirdischen Bahnhof. Natürlich haben wir über 450 Milliarden für die Banken. Natürlich haben wir zur Rettung des Euro alles Geld dieser Welt. Das akzeptieren die Leute nicht mehr und das ist auch nicht mehr zu akzeptieren. Und genau darum geht es auch bei der Wahl am Sonntag. Es wird so getan, als ob bei Hartz IV nun um fünf oder acht Euro erhöht wird. Was nicht gesagt wird, ist, dass die Rentenversicherungsbeiträge gestrichen worden sind. Was nicht gesagt wird, ist, dass das Übergangsgeld von ALG I zu ALG II gestrichen wird. Was nicht gesagt wird, ist, dass Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger kein Elterngeld mehr bekommen. Aber übrigens, die Frau des Milliardärs in Hamburg, die noch nie gearbeitet hat, die kriegt das Elterngeld noch. Die Hartz-IV-Empfängerin nicht. Unverschämt ist das, dass sie das Wohngeld gekürzt haben. Dass sie die Mittel für die Beschäftigung oder besser gesagt für die Ausbildung von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern bis zum Jahre 2014 um 16 Milliarden kürzen. Die Sozialkürzungen insgesamt machen in diesem Bereich 30 Milliarden aus bis zum Jahr 2014. Und deshalb sage ich, was Sie da beschließen wollen und beschließen werden, ist mit Sicherheit wieder grundgesetzwidrig. Es gibt kein nachvollziehbares Berechnungsverfahren. Und auch für Kinder hätte ein extra Verfahren machen können. Ein Kind ist nicht 40 Prozent eines Erwachsenenwert, auch nicht 60 Prozent, auch nicht 80 Prozent. Was die nicht wissen, ist, Kinder essen fast genauso viel. Sie brauchen übrigens besseres Essen. Und vor allen Dingen Kinder wachsen. Da musst du öfter die Kleidung wechseln als bei einem Typen wie mir. Das haben die gar nicht begriffen im Bundestag. Und deshalb bleiben wir bei unserer Forderung. Wir wollen eine diskriminierungsfreie, sanktionsfreie Grundsicherung, die spätestens 2013 bei 500 Euro liegen muss. Und wir wollen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, der spätestens am 1. Mai 2011 eingeführt sein muss. Denn da haben wir die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien etc. Und ich möchte nicht, dass die hier in Wohnwagen gefärscht werden und zu miesesten Löhnen arbeiten, weil es erlaubt ist. Deshalb brauchen wir spätestens am 1. Mai 2011 einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und wer das nicht macht, der provoziert Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Und das ist das allerletzte, was wir in Deutschland gebrauchen können. Deshalb sage ich allen Migrantinnen und Migranten, auf die Linke ist Verlass. Wir wollen immer gleiche Rechte für Menschen, unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder sozialer Herkunft. Die Gesundheitsreform ist abenteuerlich. Ich sage nur so viel, und das ist auch ein interessanter Vorgang in Deutschland. Es gibt bestimmte Prozesse, die trauen sich, Union und FDP niemals einzuleiten. Trauen die sich nicht. Das machen immer SPD alleine oder SPD und Grüne. Ich werde es Ihnen beweisen. Der Kohl wollte jahrelang den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer von 53 Prozent senken. Als er aus dem Amtschied lag, der immer noch bei 53 Prozent. Er hatte dazu nicht die Kraft. Schröder hat dann den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent gesenkt. Das Ende der paritätischen Finanzierung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Unternehmen in der Gesundheitsreform, das hätten sich Union und FDP nie getraut. Das ist eingeleitet worden von der SPD, indem sie gesagt haben, 0,9 Prozent Zusatzbeitrag nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dasselbe haben wir erlebt bei der Rentenversicherung mit der Riester-Rente. Auch das war ja das Ende der paritätischen Finanzierung. Und das Interessante ist, die SPD macht dann die Tür so einen Spalt auf und sagt, hier ein sozialer Block, da ein sozialer Block. Das ist ja nur ein Spalt. Aber dann ist der Prozess eingeleitet. Und dann kommen Union und FDP und machen die Tür ganz auf. Aber sie machen nie den Beginn. Den Beginn macht immer die SPD. Und das müssen und dürfen wir ihr übel nehmen. Und deshalb sage ich, wenn es kein starkes linkes Korrektiv gibt, wird auch die SPD unter Scholz wieder völlig neoliberal regieren in Hamburg und genauso im Bund. Deshalb ist es so wichtig, die Linke zu stärken. Nur das bringt die anderen zur Vernunft. Die Renten sind zum fünften Mal in Folge real gesunken. Insgesamt um 8,5 Prozent. Es ist auch interessant. 40 Prozent aller Männer, aber 50 Prozent der Frauen gehen vorzeitig in Rente. Und das kostet sie im Schnitt bei den Männern 127,44 Euro, die sie weniger Rente beziehen. Und bei den Frauen kostet es die Frauen im Schnitt 105,35 Euro, die sie weniger Rente beziehen. Und dann wird mir erklärt, dass es demografisch so erforderlich sei, dass jetzt später Rente ausgezahlt wird. Zwei Jahre später ab 67. Jetzt sage ich Ihnen was zum Grundsicherungsniveau. Das Grundsicherungsniveau in Deutschland liegt jetzt bei 676 Euro. Wenn Sie eine Rente haben, die geringer ist, dann dürfen Sie die Differenz dort beantragen. Aber wissen Sie, wie lange Sie heute als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten müssen, um nur eine Rente auf Grundsicherungsniveau zu erreichen? Sie müssen 45 Jahre lang Vollzeit tätig sein und mindestens einen Verdienst von 9,47 Euro die Stunde brutto haben. Wenn Sie die nicht haben, kommen Sie nicht mehr auf das Grundsicherungsniveau. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, der Durchschnitt der Geringverdienenden im Westen liegt bei 6,89 Euro und im Osten bei 4,86 Euro. Die Altersarmut ist sicher organisiert und prognostiziert. Das ist völlig indiskutabel. Und jetzt, übrigens die Zahl ist gestiegen, wir haben jetzt 760.000 Rentnerinnen und Rentner, die zusätzlich ARG II kriegen, also die Grundversorgung, um irgendwie existieren zu können. Demografie ist das Argument. Ich sage Ihnen, das demografische Argument ist völlig falsch. Das ist übrigens, in den letzten 100 Jahren sind wir um 30 Jahre älter geworden. Das ist alles Blödsinn. Das Entscheidende ist was ganz anderes, die Produktivitätsentwicklung. Und die ist so hoch, dass wir selbstverständlich in der Lage wären, eine anständige gesetzliche Rente an jede Bürgerin und jeden Bürger zu bezahlen. Münte-Fehring, falls Sie sich an ihn erinnern, der war mal Vorsitzender der SPD, hat damals gesagt, also Rente ab 67 führen wir ein. Da sind es ja immer wieder Türöffner. Aber, haben Sie gesagt, das setzt natürlich eine hohe Beschäftigungsrate älterer Menschen voraus. Jetzt sage ich Ihnen, wie die aussieht. Die 63- bis 64-Jährigen, davon arbeiten in Sozialversicherungspflicht 8,3 Prozent der Männer und 3,4 Prozent der Frauen. Das ist alles. Alle anderen sind schon raus. Völlig indiskutabel. Das heißt, ab 2012 beginnen die Rentenkürzungen. Und wir haben im Augenblick einen durchschnittlichen Eintrittsalter von 60,5 Jahren. Alles absurd. Was kann man nun machen? Das kann ich Ihnen sagen. Ganz einfach. Nein, erstmal sage ich Ihnen noch, wie es in anderen Ländern aussieht. Weil immer der internationale Vergleich ist ja so interessant. Weil es ja immer heißt, wir machen nur, was die anderen machen. Also, in Norwegen bekommen Sie ab 65 Rente, allerdings eine Mindestrente von 1.000 Euro. Na, davon können wir ja bloß träumen in Deutschland. In Frankreich gibt es die Rente ab 65, nach 40 Beitragsjahren aber schon ab 60. In Finnland gibt es die Rente ab 63 und wer länger arbeitet, bekommt eine höhere Rente. In Italien gibt es für Frauen die Rente ab 60, für Männer ab 65. Und in Schweden gibt es die Rente ab 61 und wer länger arbeitet, bekommt Zuschläge. Wollte ich nur mal gesagt haben, nur damit man das mal weiß, wie man anders Rentner wird. Aber, ich komme zurück, welche Schritte könnte man gehen? Ganz einfach. Erstens brauchen wir wieder die alte Rentenformel, damit das Rentenniveau wieder von 40 Prozent des letzten Einkommens auf 60 Prozent des Einkommens steigert. Anders ist es gar nicht machbar. Zweitens müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass von denen, die Geld verdienen in Deutschland, nur 60 Prozent in Erwerbsarbeit sind. Die anderen sind Rechtsanwälte, Bundestagsabgeordnete, Pfarrer, Unternehmerinnen, alles Mögliche, aber eben nicht abhängig beschäftigt. Deshalb müssen wir endlich regeln, dass alle mit Einkommen verpflichtet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Nicht nur die abhängig Beschäftigten. Dann hätten wir 40 Prozent mehr Einzahlerinnen und Einzahler. Dann müssen wir den nächsten Schritt gehen und sagen, die Beitragsbemessungsgrenze müssen wir überwinden. Also der nächste Ackermund muss dann von seinem gesamten Einkommen einen Prozentsatz einzahlen. Genau das ist erforderlich. Was glauben Sie, wie viel Geld wir dann in der Rentenkasse hätten? Und dann muss man den letzten Reformschritt geben. Man kann nicht wie in der Schweiz eine Höchstrente einführen. Das lässt unser Bundesverfassungsgericht nicht zu. Die sagen, höhere Beiträge müssen auch zur höheren Rente führen. Aber sie lassen zu, dass der Rentenanstieg abgeflacht wird, weil es ja eine solidarische Versicherung ist. So, und dann sagt die Schweiz, hat einen schönen Grundsatz. Sie sagt, ja, es ist wahr, der Millionär braucht keine gesetzliche Rente, aber die gesetzliche Rentenversicherung braucht den Millionär. Und genau dieser Grundsatz gilt in Deutschland nicht. Und jetzt will ich Ihnen sagen, diese vier Schritte könnten wir alle gehen. Da brauchten wir überhaupt nicht über 67 diskutieren. Nichts. Dass die CDU den Weg nicht geht, erscheint mir noch einleuchtend, weil sie andere Interessen vertritt. Dass die FDP nicht mehr auf die Idee kommt, einen solchen Weg zu gehen, erscheint mir einleuchtend, weil sie andere Interessen vertritt. Aber dass die SPD nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, sondern sagt, wir kürzen den Rentnerinnen und Rentnern zwei Jahre die Rente, finde ich völlig indiskutabel. Deshalb hat die SPD verschuldet, dass es uns gibt. Und jetzt verschuldet sie, dass es uns immer stärker gibt. Und das hat sie auch verdient, in jener Hinsicht, damit sie merkt, was sie hier angerichtet hat. Ich habe Ihnen gesagt, soziale Gerechtigkeit gibt es nur mit Steuergerechtigkeit. Die Körperschaftssteuer der Unternehmen betrug in Deutschland mal 45 Prozent. Herr Schröder hat sie gesenkt auf 25 Prozent. Und die Große Koalition hat sie dann gesenkt auf 15 Prozent. Jetzt ist sie niedriger als in den USA und in anderen Ländern. Wenn wir nur die Einnahmen wie früher hätten, hätten wir 23 Milliarden Euro pro Jahr mehr nur bei der Körperschaftssteuer. Ich will gar nicht über Betriebsprüfer reden und so weiter. Aber ich habe gesagt, wir brauchen unbedingt eine Vermögenssteuer. Das ist auch gerecht. Und glauben Sie bitte den Thesen nicht, die die anderen aufstellen. Zum Beispiel wird Ihnen gesagt, dass das Geld, was Leute auf einem dicken Sparguthaben haben, nicht kleine Sparguthaben, die interessieren uns nicht, auch die Zinsen nicht, kleine Erbschaften interessieren uns auch nicht. Wir wollen eine höhere Erbschaftssteuer bei einer Erbschaft von über einer Million. Also damit das klar ist, so radikal sind wir. Ja, bis zu einer Million sagen wir, lass es bleiben. Also nur damit das klar ist, was wir hier für radikale Forderungen stellen. Aber gar keine Chance. Und deshalb sage ich Ihnen nur eins. Da sagt die FDP Ihnen, ja, aber das Einkommen habe ich ja schon mal versteuert, dass ich auf ein Sparguthaben habe. Jetzt wollt ihr es nochmal versteuern. Nein, die Zinsen, die Zinsen, und die habe ich noch nie versteuert. Die bekomme ich ja geschenkt. Und insofern ist es völlig unlogisch, dass wenn Sie arbeiten für eine Million, müssen Sie etwa 40 Prozent Steuern bezahlen. Und wenn Sie nicht arbeiten und eine Million Zinsen kriegen, müssen Sie nur 25 Prozent bezahlen. Und da sagen die, das ist gerecht. Und zwar erklären die mir das damit, dass ansonsten so viele Steuern verkürzt werden. Da sage ich also, Sie kommen den Kriminellen entgegen und hoffen, dadurch gibt es weniger Kriminalität. Da sagen die, ja. Ja, dann sage ich, als wir die ersten Warenhäuser gründeten, gab es keine Kameras, keine Detektive. Da wurde geklaut, was nicht nid- und nagelfest war. Da haben Sie doch auch nicht vorgeschlagen, die kostenlose Entnahme von Waren zu dulden, damit es weniger Diebstähle gibt. Also das ist doch die Logik, dass ich sage, ich komme den Steuerverkürzern so lange entgegen, bis sie sagen, na gut, die zwei Euro bezahle ich. Nein, das ist indiskutabel. So können wir keine soziale Gerechtigkeit in Deutschland herstellen. Und deshalb sage ich Ihnen, wir haben dort verschiedene Vorstellungen entwickelt. Und im EU-Durchschnitt der alten 15 EU-Mitgliedsländern liegen wir 35 Prozent mit unserer Steuerquote darunter. Wenn wir nur im Durchschnitt liegen, ja, dann hätten wir eine Mehreinnahme von 120 Milliarden Euro pro Jahr. Und damit das auch klar ist, wir wollen einen höheren Grundfreibetrag, wir wollen sieben Prozent Mehrwertsteuer auch für Kinderprodukte und andere Sachen, Arzneimitteln. Und wir wollen also auch Steuern senken. Und ich will vor allen Dingen den Steuerbauch abschaffen. Die durchschnittlich Verdienenden, die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer und die Facharbeiterinnen und Facharbeiter zahlen in Deutschland viel zu hohe Steuern, nur weil man den Spitzensteuersatz ständig gesenkt hat. Und ich sage, wer mehr als 72.000 Euro im Jahr verdient, müsste bei uns mehr bezahlen. Na und? Mein Gott! Wieso soll das ein Unglück sein? Alle Bundestagsabgeordneten, mich eingeschlossen, müssten mehr bezahlen. Trauen Sie nur Politikern, die fordern, dass sie selber mehr bezahlen müssen. Misstrauen Sie denen, die immer Gründe dafür finden, weshalb es sie selbst nicht erwischen soll. Ich habe vorhin über Bildung gesprochen. Und ich betone noch einmal, dass das eine Kernfrage der Politik ist. Wir haben keine Chancengleichheit in der Bildung. Auch hier in Hamburg nicht. Wir sind meilenweit davon entfernt. Und ich sage Ihnen, mich trifft das schwer. Wenn heute zwei Kinder geboren wären, sind ihre Chancen so unterschiedlich, dass zwischen ihnen 1.000 Welten liegen. Je nachdem, wie arm oder wie reich oder wie gestellt ihre Eltern sind. Und das ist einfach nicht hinnehmbar. Und ich finde, jeder Mensch, der nur anständig ist, dazu muss man nicht links sein, kann das eigentlich nicht ertragen. Und das heißt, wir müssten in unser Bildungswesen viel mehr investieren. Und ich möchte nicht, dass Kinder nach der vierten Klasse getrennt werden, weil das ist nichts anderes als soziale Ausgrenzung, die da organisiert wird. Auch hier in Hamburg. Das ist nicht hinnehmbar. Über die Studiengebühren habe ich schon gesprochen. In Berlin gibt es keine. Wissen Sie, was das zur Folge hat? Dass die ganzen armen Kinder aus Bayern nach Berlin kommen, um zu studieren. Ich meine, wir machen das gerne. Das Problem ist nur, dass die Berliner Eltern mir auf den Kopf kommen und sagen, wir haben ja keine Studienplätze mehr, weil die Armen alle nach Berlin kommen, weil es dort keine Studiengebühren gibt. Das ist doch keine Lösung. In ganz Deutschland darf es keine Studiengebühren geben. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Kinder studieren können. Und zwar zügig, schnell und erfolgreich. Wir haben in Berlin ein paar vernünftige Sachen. Eine Sache empfehle ich auch Hamburg. Das ist ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor. Tariflöhne müssen gezahlt werden. Ich möchte lieber statt Hartz IV einen Tariflohn bezahlen. Und da gibt es Wege. Auf die kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Aber ich bin sicher, dass da unsere Fraktion auch noch aktiv werden wird. Ich habe schon über Migrantinnen und Migranten gesprochen. Und ich sage Ihnen eins. Diese Wahl in Hamburg hat eine dreifache Bedeutung. Erstens ist es der Start bei insgesamt sieben Landtagswahlen. Und natürlich möchte ich einen guten Start haben, weil das unsere Mitglieder motiviert. In Sachsen-Anhalt, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Bremen und Bremerhaven, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Aber das ist nur das eine. Das gebe ich ja zu. Das ist für die Hamburgerinnen und Hamburger nur ein begrenztes Motiv. Aber immerhin. Das Zweite ist, wir brauchen ein soziales Korrektiv und einen sozialen Motor und auch einen friedenspolitischen Motor in Hamburg. Verhindern Sie, dass Schulz durchdreht. Verhindern Sie, dass die SPD wieder in reinen Neoliberalismus verhält. Sorgen Sie dafür, dass es eine gestärkte Linke gibt. Ich sage Ihnen, genau das verstehen die. Und dann korrigieren die sich auch. Genau diesen Weg müssen wir gehen für Hamburg. Und senden Sie ein Signal nach Berlin. Senden Sie ein Signal nach Berlin. Sagen Sie mit Ihren Stimmen, Ihren 20 Stimmen für die Linken, ohne Ausnahme, nicht 19, 20 Stimmen für die Linken. Sagen Sie mit Ihren 20 Stimmen. Ja, wir sind gegen den Afghanistan-Krieg. Wir wollen, dass ihn beendet wird. Es gibt nur eine Wahl, die das zum Ausdruck bringt. Das ist die Wahl der Linken. Sagen Sie, wir sind für mehr Demokratie. Auch endlich mal für Wirtschaftsdemokratie. Es gibt nur eine Wahl, die das zum Ausdruck bringt. Das ist die Wahl der Linken. Sagen Sie, wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Wir wollen keine prekäre Beschäftigung. Es gibt nur eine Stimme, die das zum Ausdruck bringt. Das ist die Wahl der Linken. Es kann ja sein, wir begehen hier und da auch einen Fehler. Ich bestreite das gar nicht. Die anderen erst recht. Aber was entscheidend ist, ist, welches Signal sende ich denn an Frau Merkel? Eine Stimme weniger für die Linken als beim letzten Mal. Dann denkt die, es gibt eine Stimme mehr für den Krieg, für soziale Ungerechtigkeit, für weniger Demokratie. Das kann nicht die Antwort aus Hamburg sein. Es gibt nur eine sinnvolle Antwort und die heißt, wir wählen die Linke verstärkt, weil alle anderen Parteien sind untereinander so verbandelt, dass denen das relativ wurscht ist, ob die SPD drei Prozent mehr bekommt und die Union zwei Prozent weniger. Nur die Stimmen für die Linken ärgern alle anderen Parteien. Und ich habe das Gefühl und die Überzeugung, dass sie es verdient haben, sich zu ärgern. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimmen für die Linken. Dankeschön.